Die Frässchleuder KFS 950 ist ein leistungsstarkes Schneeräumgerät, das sich durch universelle Verwendbarkeit, hohen Qualitätsstandard, ausgereifte Technik, leichtes Handling sowie robuste Bauweise für die rationelle und wirtschaftliche Schneeräumung auf allen Verkehrsflächen auszeichnet. Das bewährte, offene Räumsystem dieser Frässchleuder garantiert eine problemlose Verarbeitung jeglicher Schneearten von Schneematsch bis hin zum vereisten, gefrorenen Schnee. Die exakte Abstimmung zwischen Wurfrad- und Frässchneckendrehzahl erlaubt große Wurfweiten bei maximaler Leistungsausnutzung. Die Karlbacher Frässchleuder KFS 950-2400 und 2600 ist in zwei Varianten für Frontanbau an Unimog oder LKW oder Dreipunktanbau an diverse Geräteträger lieferbar. Der Antrieb erfolgt über die Front- oder Heckzapfwelle des Trägerfahrzeuges, wahlweise auch hydraulisch. Die beidseitig gelagerten Frässpiralen sind mit einer Nockenschaltkupplung. Das Wurfrad ist mittels Scherkupplung gegen Überlastung abgesichert. Verschiedene Auswurfkamine sowie die hydraulisch-stufenlos verstellbare Kaminverschwenkung und die hydraulische Blendenverstellung garantieren eine gezielte Schneeauswurflenkung für jeden Einsatzzweck. Eine hydraulische Querneigungseinrichtung gewährleistet eine exakte horizontale Anpassung der Frässchleuder an die Fahrbahnoberfläche.